Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Paintball. Mir macht der Modus gerade sehr viel Spaß, deshalb kommt das auch so schnell hintereinander nochmal. Ich hoffe, ihr habt da mindestens genauso viel Spaß dran und ich wünsche euch viel Spaß beim zu gucken. Ich kenne, kenne ich die Map? Ich glaube, ich kenne die Map. War da nicht unsere erste Runde hier auf dieser Map irgendwie drauf? Ich glaube schon, ne? So, dann gucken wir mal, dass wir hier die anderen ein bisschen... Hey! Ich lukte uns, Fias. Mann, warum habe ich denn da keinen erwischt? Wo seid ihr? Uh, wir haben jemanden erwischt. Dafür toleriere ich dann auch unseren Tod hier, ne? Hey, ich hab doch noch gar nicht angefangen. Also mit Schneeballwerfen. Na, toll. Hey, die haben ich doch gar nicht angeguckt. Och, nö. Voll genuket. Wir laufen jetzt hier mal ein bisschen weiter vor. Mal gucken. So. Und nach wen? Ja. Hey. Kaum habe ich irgendwie hier mal auf irgendwas runtergescrollt, ne? Jihi, Schneebälle. So, hier drunter durch. Hier hinter verstecken. Und da steht keiner mehr. Da lagen nur noch Dias. Oh, nuket ihr uns jetzt echt schon mal weg? Was für eine lame Taktik. Nein. Eigentlich ist es eine gute Taktik. Eigentlich machen die das echt gut, dass sie da so viele Nukes raushauen und so. Oh, das war nur eine 15 Meter Nuke. Besser halt nix, ne? Ja, ne? Ja, vier Kills kann man... Finde ich gar nicht. Ist okay. Ist okay, ist okay. Wen haben wir denn hier noch so? Ähm... Hey. Chaos aus meinem Zuhause. Ach, wenigstens habe ich mich gerecht, ne? Die, die mich abgeschossen hat, hat sich dann abgeschossen. Oder den? Ich bin mir ja nicht so ganz sicher. Und genugt. So. Hier lang. Und... Die schmeißen Schneebälle bis in unsere Base. Aber die Map ist schön. Ja, und ich habe schon vier Kills und so viel Zeit ist noch gar nicht verstrichen. Kriss. Oh, Leute. Oh, aber wir haben noch einen getroffen. Fünf Kills. Na toll. War eigentlich der Stehlein? Ja, boah, prinzipiell, ne? Wenn es denn eine Nuke für uns gewesen wäre und nicht von uns. So, jetzt gehen wir mal hier raus. Und nochmal. Und huch. Gleich gucken wir mal, was wir hier so kaufen können eigentlich alles, ne? So, und wir gucken jetzt mal. Hier, für sechs Goldsachen. Regain three lives for your team. Wir wissen ja nichts mehr. Ey. Ich hätte gern die Hühnchen. Wo auch immer die jetzt gespawnt sind. Ah, okay. Weiß hat gewonnen. Ich würde trotzdem mal überlegen, äh, überlegen. Ich würde trotzdem mal interessieren, wo diese Hühnchen gespawnt sind. Oh, die Map. Die finde ich ziemlich unübersichtlich tatsächlich, weil die so zugebaut ist. Aber das macht das Ganze auch spannender. Ey. Ich hab doch grad wen in, in, äh, ins Visier genommen hier. So. Rein in die Schießcharter. Wow. Da hat jemand ein Lightning aktiviert. Äh, aktiviert vor allen Dingen. Aktiviert. Ja. Und dann haben wir uns gegenseitig abgeschossen. Wir gehen mal nach unten. Wir sind sonst immer oben hier auf der Map. Jetzt gehen wir mal nach unten vor. Immer wir hier lang müssen. Ich lauf einfach mal irgendjemandem hinterher. Der aussieht, als hätte er da Ahnung vor. Na toll. Da waren doch ganz viele. Warum hab ich den denn nicht getroffen? Ich möchte hier durch. Und hier lang. Und hier ums Eck. Und ich möchte wieder dahin, wo ich eben war. Ohne abgeschossen zu werden, wäre vielleicht ganz super. Wir gehen doch wieder hoch. Ich glaube, ich bin von oben aus. Das ist besser. Wir haben eingetroffen. Wir haben eingetroffen. Treffen ist gut. So. Dann haben wir hier noch... Ha, wir haben noch einen getroffen. Ähm... Wo kam das denn jetzt, der hier? Ich geh nochmal hier lang. Wo haben wir denn so viele Schneebälle her? Ich möchte hier nochmal lang. Das sah aus, als wenn hier irgendwas gewesen wäre. Wow! Noch ein Lightning! Noch ein Lightning? Ich wollte gerade sagen, es wäre fast, als wären wir genuket worden, mal wieder. Und dann hier noch diese Seite. Ist auch nix. Der steht auch immer da oben. Irgendwie scheint mir das immer derselbe zu sein. Aber jetzt haben wir ihn auch getroffen. Das ist gut. Hey! Was ist denn hier hoch? Da geht's hoch. Ach, hier kommen wir von der Seite. Okay. Und weiter. Oh, wir verlieren so viele Leben. Wir verlieren so viele Leben. Ich sehe das kommen. Dass wir verlieren werden. Oh, kein getroffen gerade, ne? Mann, oh. Wir gehen hier unten lang. Es ist vorbei. Blau hat gewonnen. GG, Blau. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss! Eure Neko. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.